Guten Tag, ich bin Doug DeVos. Anerkennung. Anerkennung ist eine der Grundsätze von Rich und Jay. Die Gründer sind überzeugt, dass Leistung honoriert werden muss. Beide haben oft davon gesprochen, dass wir bei Amway die Leistung auf zwei Arten, mittels von Incentive-Zahlungen und Anerkennung, honorieren. Wir feiern gerne, wenn Menschen großartige Leistungen erzielen. In den letzten Jahren wurde deutlich, dass die Balance etwas ins Schwanken geraten ist und dass viele Führungskräfte sich mehr auf Anerkennung und weniger auf die langfristige Nachhaltigkeit ihres Geschäfts konzentriert haben. Die Folge ist, dass manche etwas erreichten, was sie dann nicht aufrechterhalten konnten. Daher bemühen wir uns, das Geschäft insgesamt stärker an unseren Werten und den Grundsätzen der Gründer auszurichten, weshalb wir beschlossen haben, den Vergütungsplan etwas abzuändern. Speziell werden wir den Amway Sales und Marketing Plan verbessern. Die Führungskräfteprovision wird ab dem 1. September 2017 von 4% auf 6% erhöht. Die Führungskräfteprovision wurde gewählt, um Führungskräfte effektiv für die Entwicklung eines langfristigen, nachhaltigen Geschäfts in ihren Gruppen zu honorieren. Diese Änderung wird über aktuelle GIP-Mittel finanziert. Da wir gerade über GIP-Programme sprechen, insgesamt gibt es davon ca. 100 weltweit. Dies kann oft verwirrend sein, besonders wenn sie international tätig sind. Und viele dieser Programme, die vielleicht taktisch sehr gut strukturiert sind, passen vielleicht nicht ganz zur langfristigen Nachhaltigkeit und haben diesbezüglich auch zu etwas Verwirrung geführt. Also entwickeln wir diese Programme weiter, damit sie von Markt zu Markt einheitlicher sind und von Jahr zu Jahr weniger geändert werden. Und damit sie sich gezielter auf einen langfristigen und nachhaltigen Geschäftsaufbau konzentrieren. Wir nehmen die Entscheidung zu diesen Änderungen nicht auf die leichte Schulter. Das haben wir gründlich durchdacht und darüber mit vielen Führungskräften weltweit regelmässig diskutiert. Unser Anliegen ist es, einen gesunden und nachhaltigen Geschäftsaufbau für Sie und für Amway insgesamt zu ermöglichen. Auch wollten wir sicherstellen, dass Sie sich auf den Amway Sales und Marketing Plan verlassen können. Und die zusätzlichen Mittel für den Plan machen ihn auf dem Markt sehr wettbewerbsfähig. Alles, was wir tun, soll auf den Amway Werten und den Grundsätzen der Gründer basieren. Wir hoffen, dass dies mehr Klarheit zu den Änderungen und deren Gründen schafft. Wir wollen Ihr Engagement anerkennen und honorieren. Wir wollen es einfacher für Sie machen, Erfolg zu haben und zu wissen, woher Ihre Vergütung kommt. Durch die Vereinheitlichung der Wachstums-Incentive-Programme und Erhöhung der Führungskräfteprovision wollen wir erreichen, dass langfristige Ziele gesteckt werden und die nötigen Werkzeuge, Ressourcen und Menschen Sie dabei unterstützen. Wir danken Ihnen für alles, was Sie tun, um dieses Geschäft groß zu machen. Genießen Sie daher Ihre Zeit zusammen und wir hoffen, Sie bald wieder zu sehen.